Hallo und herzlich willkommen zum News-Wochen-Update der fünften Woche im Jahr 2012. Vieles wird sich im Habbo-Hotel ändern. Als erstes wird es wahrscheinlich bald eine neue Startseite geben. Habbo Schweden hat dieses schon umgesetzt und man sieht auf www.habbo.se, wenn man sich einloggt, die neue Startseite, die bald kommen wird. Und KW hat mittlerweile im deutschen Hotel angekündigt, dass es bald eine Änderung geben wird. Ob es diese neue Startseite ist, werden wir noch später herausfinden. Im habbo.com gibt es ein neues Update. Und zwar wird man wahrscheinlich bald die User über den Chat bzw. über den Klienten direkt muten können. Wenn ein User etwas geschrieben hat, findet man hier eine kleine Mute-Funktion, wo man dann einfach auf das X bzw. auf dieses Muten gehen kann und sie dann gemutet sind. Steht dann auch im Chat und wenn man dann wieder auf das X klickt, sollte man eigentlich entmuten können. Äh, ja, eigentlich. Äh, aber vielleicht ist das noch ein bisschen verbuggt. Man wird es noch später herausfinden. Des Weiteren wurden 21 neue Möbelstücke entdeckt. Einige davon gibt es schon im Habbo-Hotel. Zum Beispiel findet man im habbo.com diesen Valentinstag-Teleporter. Klingt komisch, ist aber so. Ja, man kriegt wieder einen neuen Teleporter. Des Weiteren wird es dann wahrscheinlich zwei neue Rare geben. Einmal ein, äh, ja, Playstation-Duck, keine Ahnung. Und auf jeden Fall irgendwas, was mit Games zu tun hat. Das wird wahrscheinlich Rare sein. Zumindest im schwedischen Hotel wurden diese Möbel schon gefunden. Es wird irgendwas mit Musik sein. Auf jeden Fall macht dieses wahrscheinlich Musik. Zum Beispiel hier ein Glockenspiel. Eine Trillerfeife, die mit einer Luftpumpe betrieben ist. Aber je, das geht mir jetzt schon auf den Nerven. Und viele andere Sachen. Ob diese in Deutschland, beziehungsweise in England als Rare kommen werden, ist natürlich unklar. Auf jeden Fall kann man sie hier ganz billig für 8 Taler kaufen. Ob diese auch Sounds machen, ist noch nicht bekannt. Des Weiteren wurden neue Batches gefunden. Auch für Valentinstag. Das heißt, die Valentinstag-Batches kommen zurück und ihr könnt wieder Quests machen. Wann diese Quests online kommen, ist noch unklar. Das wird wahrscheinlich Rare sein. Hallo und willkommen zu einem News-Update der Woche. Ähm. Oh Mann. Vielen Dank. Alles, das geht.